so hallo Leute wir haben jetzt hier mit dem... ist doch egal, wer wird hier anstatt die übliche Männerrunde also uns drei noch den Tobi dazugekommen wir sind nur Männer hier im Channel und der noch die Lisa ja die Lisa die Lisa die die Sim spielt ja auch den Hardcore-Spieler Sim? das spielt meine Mitbewohnerin auch wo müssen wir jetzt eigentlich gehen? Geht's? Okay wir müssen da hingehen man brauche was passiert, er ist müde ich hab ne Verlager er hatte nur 5 Stunden Schlaf das wird seine Ausrede für alles sein so jetzt schnauze Tobi oh nö ich bin keine Wache nein sie ist keine Wache Jayden mir doch egal hast du gestern gewacht Eisenwölfe da war's auch witzig ja 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 dann haben wir eine Gemeinsamkeit ich suche Magda aber ich weiß nicht wo sie ist sie ist auf der Straße ich höre hier alles ich höre die Tobi reden ich höre meine Musik ich höre alles mögliche aber ich höre nicht damit was sie reden im Spiel wir haben uns leise der macht das lauter alter kann ich jetzt mal? jetzt kann ich mal ich wollte jetzt nicht Escape drücken weil ich glaube ich muss das lauter machen kann ich jetzt den nächsten ansprechen oder seid ihr fertig mit Escape drücken? ne der ist erstmal im Escape also musst du warten das war wach dann geh- ich geh- ich geh- dann okay dann spreche ich mit ihr ich wollte grad einkommen nur El und ich haben herausgefunden dass der Kaiser die Eisenwölfe während sie in der Wuste gegen Magda kämpfen und führungslos der Job wieder erstmal voll die Leer und der Terror alt von hinten von hinten von hinten oder ich sage es die Eisenwölfe ausgesandt wurden um zu sterben Juk du kannst den Altmann da fahren den dem der läuft ja ja den da den 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 mit den den da ist die Stephanie die Glocke roche bei sonstiges die ich holen die ich haben will die Glocke ist hier bei sonstiges bei ihr Alter ich hab eben grad Dingens gespielt hier äh auch Bärsäker ne ich wundere mich gerade warum Stärke bei der Typ über der Tuss jetzt gar nix bringt wir laden hier durch ich guck auch nochmal den ich guck ich guck bei so einem dicken Händler hin der ist ne Alter ich glaub nichts ich spare aber ich hab vorhin nicht ins Auktionshaus geguckt ob ich was verkauft hab ach du hast was reingestellt joo oh hier ist was besseres ich hab mir gestern OP-Bogen für 12.000 gekauft joo also nicht ganz OP-Bogen nur einen seltenen kein Lager was ist da hier ich krieg grad hier nur schrägte und dann hab ich mir für für ganz billig noch so zwei seltene Einhandarmbrust gekauft und ich denke mal die krieg ich für viel mehr lohnt wirst du einer für sofort kaufpreis 2 oder 3.000 kommen wir gucken wir hier noch in der Bar rein das ist mal ne gute Idee normaler Wert ist von dem bestimmt 15 bis 20.000 eigentlich Karn heilig Karn rochord nach euch der ist Ostens was zur Hölle du hast denn das noch nicht gekriegt vorher du bist ja schon durch oho achso vielleicht war hab ich noch hier angefangen als äh äh ich bin ja mit meinem Mönch hab ich ja nicht weitergemacht hab ich ja nur Akt 1 gemacht weil ich da keine Achievements gekriegt hab ja aber du müsstest doch mit deiner Demon Hunterin oder? achso bis hier hast du noch keine da hab ich vielleicht bis hier noch gespielt als ich kein Achievements hatte so dann mal weiter hier ich hab mir jetzt noch was entgekauft ich hab ja jetzt 3.000 kann ich hier runtersprengen? kann ich hier runtersprengen? kann ich hier runtersprengen? das wird ihnen schwer fallen ich bin jetzt geben wir uns mal auf immer irgendwelche zu schlagen ich bin nicht allein losziehen auch immer auf jeden hier los weg hier der ist eine Filmschuft was der Ventilator da bringt uns kaum vor du hast ein Ventilator du sagst äh ja guck mal guck mal guck mal ja und da ist nicht ich kann da rübersprengen Alter ich hab kein Bock dass wir der Scheiß die ganze Zeit ins Gesicht aber ich sitze jetzt hab ich gleich wieder so aua aber an den Füßen äh ich richte alles im Käse für sich übrigens kann er sein ey diese zu groß geratenen Insekten wären nichts besonderes Sander ey ich renner jetzt mal voll rein boah macht nix warte mal ich will hinten noch ich will hier lang ah das noch der würde vorsichtiger sein als ich ihn losschickte guck dir den Typen an Vesper ach shit ich wollte dir das gar nicht ganz gerne ich muss mal kurz was gucken nochmal bei Optionen hab jetzt sich der Sound geändert? ne hat er sich nicht die hören sich so leise an oder die sind einfach alle lauter ihr Schweine was ich bin lauter what the fuck Robert gefällt mit den Soundoptionen ne die sind genauso wie gestern ist ja das witzige weißt du drauf Alter die Viecher sind als Nahkämpfer voll eklig oder diese Wespen-Dinger ja geht du hast noch nicht die volle also mir machen die keinen Scham du hast noch nicht die volle Ladung abgekriegt Alter wenn da vier oder fünf mit einem auf die Verruf platzen dann bist du fast los eben hier du blöde Wespe Alter ich renne ey ich kann das nächste Mal durch vier rennen hab ich kein Problem mit ok auf dem Schwierigkeiten grad ist was kein Geld ist und der Instant-Death oder so ein Schirm haha wie ich jetzt so lachen das kriege ich hier boh oh Gott ne weil hier noch Wandel ist ja toll ich kann jetzt nicht mehr angreifen weil ich glaub nicht mehr ich glaub nicht mehr stehen dann mit dem Robben wenn er stärker wird so das ist doch immer IP das ist ja Erfahrung dafür das ist unsere deshalb müssen wir in der Nähe sein wie konntet ihr von dem Hinterhalt wissen wieso spricht der Roche mit ihr? ich hab keine Ahnung 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 ich bin der Conan ich bin dankbar für eure Hilfe er hat übel zu ja ich hab auch so einen Zopf hier ja ich auch ja doch im real life aber wartet ich mach euch den Weg nicht jetzt ja was sollt man das denn seit großen Mers Warte mit Roche hat er denn nicht mal einen Zopf? nicht fair Alter was hat er irgendwann so viel gewartet ich muss ja Roche aus Legacy nachführen ich hab mich ja entzupft Robbe hat mein Part übernommen geht ja gar nicht dass wir beide um uns hatten Robbe macht so was nicht an der Stecke scheiß gelassen aus echte ist die Straße vor uns so gefehlen alle bloß unnötige Last die Straße wird von mehr als nur Lacuni heimgesucht Kultisten wirken in Zwang Kultisten wirken in Zwang Kultisten wirken in Zwang Kultisten wirken in Zwang äh Piss war mit Kohler äh äh warum Pisten da erinnern sie ich war äh ich hab hier nun schon was aufgenommen ne also Tobi darauf antworte ich jetzt nicht ne aber ich kann das nicht machen wow ja ich komm da rüber aber der springt jetzt wegen dem Zaun mit Sprung rüber jetzt ja weil er es kann naja machst du das nicht was haben wir denn hier für'n Schrein? braucht das ständig what? wer hat den Schrein angemacht? und ganz schnell blaue Monster mindestens der Roche Alter was? Such! 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 Roche noch nicht da hoch lassen wir noch später hoch ist das nix ist das nix der Monster hier sind Monster muss töten alle sind nicht blau die sind gay dunkelblond ah du Pike Roche macht nix Roche ist mit XP geil ich hab ihn angemacht bevor wir den Mob hier vorne gekillt haben die anderen auffressen wollten die wir gerettet haben wieso da haben wir schon die XT-Spiege gekriegt komm Meldkatz hier er kommt hier er lässt und noch ner Folge noch ner Folge blau los tüte die tüte zieh ich hab nen Granersiege gekriegt es ist noch mehr ich hab einen von den blauen schon gekillt hier ist noch eine Illusion die Kultisten haben versucht ihre Spuren zu verwischen ich hab mich gerade es scheint die Gefallen in den Monat das ist das Tote Tier nicht angefangen die alte Erzählung der Hora dritt hat mich doch gelohnt aber hat sich gekriegt ich nicht so gerne Tote Tiere anfassen aber ich hab ne Voodoo Maske mit 10 Stärke mehr wirklich jetzt von der Scheiß ich freu mich doch verarschen aber eh verarschen weißt du was wir folgen ab jetzt folgen wir einfach immer den Rocho der ist halt unser Tank auch das noch ok komm ah dann shit ich jetzt auch nicht im Kreis rennen Alter ist ein Schrein da vor oben den hast du gesehen Alter da vor oben da vor oben Schrein der Gunst der Gunst geil und hier ist ne Schattler da los Rocho guck mal jetzt renne ich einfach mal durch und der Rocho ist tot ne ah meine äh ich hab noch ich hab nicht mal vorbeleben verloren das war trotzdem ist gay wenn du nur als Nahkämpfer da bist ja also gegen Squishy und die nicht wenn du nur als Nahkämpfer da bist Rocho wir laufen dir da hin Rocho ist der Rocho ist der Führer du noch mehr versteckte Fußspuren ja ui damage Kursion ich bin spät aber ich hab's noch gemacht na übelst geschmerzt hat er den und weggeschmerzt da sie nehmen ich nein ich bin der Tank ich muss ihn helfen ach das ist Jason ich wollte gerade Jason angreifen na he he das ist eines der Verstecke der Kultisten ja und ok lass reingehen ich wollte gerade meine Voodoo Dool an Google nice Müsli Müsli Miam 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 ja genau Ring des Verwundens ey 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 keine Ahnung Jason wieso bist du halbtot weißt du auch nicht will ich Glaskanonen drin haben ne es ist einer mit 2-4 Schaden 2-4 Schaden und was hat er noch da drinne Rocho? nur 2-4 Schaden ich hab noch bessere Dings Chancen da drinne ich hab ja auch ein 2-4 Schadens Ring aber ich hab noch besser Magic Feind Zeug da drinne weißt ah ah man ok achso Jason Robby hier ist ein Buch ein Buch? Jason willst du das haben? mich wo ist ein Buch? ich hab's reingestellt ah ok im Fass hier hinten war für- äh im Menschen war für mich ein Buch ach das echt? ne ich hab mir vorhin besseres gekauft ganz wahr da war noch eine Wengar Doll dieser Held halt vor dich in Alcarus anzugreifen ah ich an deiner Stelle will ja am Außenposten von Kazim einen Hinterhalt vorbereiten aber ich bin nicht an deiner Stelle du könntest genauso gut vor haben mich erneut zu enttäuschen und mich so zu zwingen dich zu töten ich würde das sehr bedauern aber dennoch ich glaube ich könnte es übers Herz bringen 203 ups was habe ich hier? wieso habe ich die eingesammelt? das brauche ich nicht oh Jason warte was denn? das erkundendes Zauberbuch ey komm her 2-3 Schaden willst du das haben? ähhhh Sekunden ich würde mal sagen hab ich noch was für euch ne kannst du halten ich hab mal 1-3-5 1-3-5 1-3-5? was? nein ich hab 3-5 dann hast du auch mehr Magic Feind Zeug drin weil das auch nochmal jemanden Amulett was drin stell mal stell mal